Die letzte Etappe in unserer Reise der deutschen Grenzen bringt uns an eine Grenze mit einer noch jungen Geschichte. Und doch trägt sie einen Koffer voll Konflikt und Wandel. Ein Wandel, der heute eine Grenze bildet, die mich ein wenig an die Deutsch-Luxemburgische erinnert. Viel Wasser und ganz besonders verbunden. Warum es sich aber darüber hinaus auch lohnt, einen genaueren Blick auf die Oder-Neiße-Grenze zu werfen, schauen wir uns jetzt an. Bevor wir uns die Grenze genau anschauen, müssen wir über sie in Gänze reden. Denn die deutsch-polnische Grenze ist besonders. Während die meisten deutschen Grenzen ihre grundsätzliche Form im Wiener Kongress oder früher erhielten, ist die deutsch-polnische ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Etwas, das bis heute noch durch einige zerstörte Brücken entlang der Grenze regelmäßig in Erinnerung gebracht wird. Und sie war in den ersten Jahrzehnten ein Umstritten und erst seit der Wiedervereinigung ist sie diesen Status los. Selbst wenn ein paar Revisionisten und Rechtsstaatsverweigerer gerne etwas anderes behaupten. Bereits zu Ende des Ersten Weltkriegs gab es Wünsche auf polnischer Seite, die Grenze zu Deutschland so nach Westen zu verschieben, wie sie während Polens unter den Piasten um das Jahr 1000 bestand. Und auch wenn diesem nicht nachgekommen wurde, war sie doch Basis für die Grenzverschiebung im Potsdamer Abkommen, in dem die Flüsse Oder und Lausitzer Neiße als Grenzfluss bestimmt wurden. Bedeutender als die Forderung war allerdings ihre Funktion als Entschädigung für die Gebiete, die Polen im Osten an die Sowjetunion abgeben musste. Auch war hier das Kapitel der Vertreibung ein großes, denn über 7 Millionen Deutsche wurden aus dem nun polnischen Verwaltungsgebiet vertrieben. Sie bildeten einen wesentlichen Faktor bei den Forderungen, diese Gebiete wieder an Deutschland einzugliedern. Eine Position, die auf Seiten der Bundesrepublik erst am 7. Dezember 1970 im Zuge der Ostverträge mit der Erklärung einendete, dass die Oder-Neiße-Linie als faktische Grenze anerkannt werde. Eine Grenze, die faktisch aber 1970 noch gar keine Grenze zur Bundesrepublik darstellte, da zwischen ihr und der polnischen Volksrepublik die DDR lag. Mit ihr gab es allerdings schon 1950 das Görlitzer Abkommen, in dem die Oder-Neiße-Friedensgrenze als Staatsgrenze anerkannt wurde. Endgültig bestätigt wurde diese kurz nach der Wiedervereinigung im deutsch-polnischen Grenzvertrag vom 14. November 1990, in dem Deutschland die Grenze als endgültig und unverletzlich deklarierte. Seitdem und erst recht seit dem Beitritt Polens in die EU begann das Zusammenwachsen der Grenze über verschiedene Partnerschaften hinweg. Und man könnte noch viel zur Geschichte dieser Grenze erzählen. Allerdings wollen wir auch einen Blick darauf werfen, wie die Grenze heute aussieht. Die Oder-Neiße-Grenze, benannt nach den beiden sie prägende Flüsse, ist viel verwachsener als die meisten anderen. Görlitz, Guben und Frankfurt sind nur drei von zahlreichen Städten, die eine Zwillingsstadt auf polnischer Seite besitzen. Doch gerade zu Beginn der Grenze gibt etwas anderes ihr Charakter. Kohle. Gegenüber der ersten Grenzstadt Zittau finden wir den Braunkohletagebau Turow, der auf 50 Quadratkilometern etwa ein Fünfte der polnischen Braunkohle fördert, aber auch die Umwelt der deutschen, polnischen und tschechischen Grenzregionen belastet. Am Kloster St. Marienthal vorbei, an dem sich die deutsche und tschechische Grenzen noch einmal auf weniger als drei Kilometer nahe kommen, treffen wir nach keinen 40 Kilometern die größte Doppelstadt, die durch die Grenze in eine polnische und in eine deutsche Gemeinde getrennt sind. Görlitz und Skorzelic, die gemeinsam etwa 86.000 Einwohner beherbergen. Görlitz gilt auch als östlichste Stadt Deutschlands. Den unscheinbarsten der vier Extrempunkte Deutschlands beherbergt jedoch die Gemeinde Neisaua in einem Meander der Neiße. Folgen wir der Grenze nun weiter, betreten wir auch sorbisches Siedlungsgebiet. Das einzige slawische Volk unter den anerkannten nationalen Minderheiten umfasst dabei heute noch etwa 60.000 bis 70.000 Menschen, bildet aber inzwischen selbst hier meist eine Minderheit. Dennoch bilden Städte wie Muzako bzw. Bad Muskau interessante Grenzstädte. Nicht nur, weil auch sie mit Wengnitsa ein Siedlungsgebiet darstellt oder die Muskauer Heide das erste Wolfsrevier in Deutschland seit der Ausrüttung des Wolfs im 19. Jahrhundert ist. Besonders ist, dass Muska und Wengnitsa ein Weltkulturerbe beherbergen, das über Staatsgrenzen hinausgeht. Der Fürstpückler Park. Der größte englische Landschaftsgarten Mitteleuropas liegt zu etwa zwei Dritteln auf polnischer und einem Drittel auf deutscher Seite und ist neben der Montanregion Erzgebirge das einzige länderübergreifende Weltkulturerbe Deutschlands. Auf der letzten Etappe der Lausitzer Neiße trennt der Fluss die Städte Guben und Gubin. Besonders macht dabei die beiden etwa gleich großen Stadtteile der Titel Euromodell statt, der daher stammt, dass seit 1991 das wiederverwachsene beiden Teile im Fokus steht und als Vorbild für Grenzstädte in ganz Europa und den vielen an der Neiße und Oder dienen soll. Der Oder begegnen wir nun bei Neiße Münde und folgen ihr am Oder-Spree-Kanal vorbei, an dem das 1950 als sozialistische Wohnstadt gegründete Eisenhüttenstadt die einzige größere Stadt darstellt, die keine Geschichte auf beiden Seiten der Grenze mit sich trägt. Kaum dahinter begegnen wir Frankfurt an der Oder, das gemeinsam mit ihrer ursprünglichen Dampfvorstadt, dem heutigen Swubitsche, als Stadtgebiet mit etwa 74.000 Einwohnern bildet und Standort der östlichsten Universität Deutschlands ist. Hinter Frankfurt steigt auch die Bedeutung der Natur entlang der Oder. Für etwa 80 Kilometern fließt der Grenzfluss östlich des Oderbruchs, einem Binnendelta, das als sumpfiges Überschwemmungsgebiet noch bis ins 18. Jahrhundert unbewohnbar war. Erst die Trockenlegung zwischen 1735 und 1762 machte den vor allem landwirtschaftlich genutzten Oderbruch mit 800 Quadratkilometern Fläche zum größten Polder Deutschlands. Wie der Oderbruch einst aussah, lässt sich vielleicht entlang des letzten Oderabschnitts erahnen. Kurz hinter dem westlichsten Punkt Purens beginnt dieser kaum zehn Kilometer später mit dem Internationalpark Unteres Odertal. Das aus dem deutschen Nationalpark und polnischem Landschaftsschutzgebiet bestehender Gebiet ist dabei von Poldern und Mooren geprägt. Sowohl die einzige Polderlandschaft Deutschlands als auch das größte Überflutungsmoor Mitteleuropas findet sich entlang des langen Deltas der Oder. Auch teilt sich die Oder in einen Ost- und Weststrom auf, wobei ein letzterer die Grenze weiterführt, bis beide Flussarme bei Stetschin ins Stettiner Haff fließen. Polens siebtgrößte Stadt mit über 400.000 Einwohnern liegt zwar an der Oder, ist aber keine Grenzstadt. Selbst an ihrer engsten Stelle ist Stettin noch etwa fünf Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt. Grund ist der sogenannte Stettiner Zipfel. In einem eigenen Grenzvertrag von 1945 wurde die Grenze, die einer Geraden zwischen Zwiedemünde und Griffino gleicht und Stettin so gänzlich ins polnische Verwaltungsgebiet übertrug, festgelegt. Dieser Stettiner Zipfel bildet dabei den größten Teil des nur 51,1 Kilometer langen trockenen Grenzabschnitts, die sich eher an bestehenden kommunalen Grenzen orientierte und Orte nicht zweiteilte. Sie bringt uns bis an den Neuwappersee, einer kleinen Bucht des Stettiner Haffs. Auf der anderen Seite des Haffs kommen wir dann auch schon zum letzten Abschnitt der deutsch-polnischen Grenze und der einzigen geteilten Insel Deutschlands, Usedom, wobei der polnische Teil Usedoms ausschließlich Swinemünde umfasst, durch das die namensgebende Swine fließt, die den Stettiner Hafen eine polnische Route in die Ostsee ermöglicht. Auf den letzten 10,5 Kilometern finden wir auch den letzten Ort, an dem sich die Grenze veränderte. Am 11. Juni 1951 übergab die DDR eine kleine Ausbuchtung an Polen, da sich darin ein Wasserwerk für die Stadt Swinemünde befindet. Diese kleine Ausbuchtung wird aufgrund ihrer Form in Polen auch als Sack bezeichnet. Und so endet die deutsch-polnische Grenze mit den Füßen in der Ostsee zwischen Heringsdorf und Swinemünde an der längsten Strandpromenade, ganz Europas.